Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Jetzt brauchen Sie die Headset, sonst können Sie mich nicht hören. Wunderbar. Ich habe keinen SNP-Vortrag. Ich rede über künstliche Intelligenz. Man hört nichts. Sie brauchen ein Headset. Sie brauchen ein Headset. Sie müssen dann Deutsch oder Englisch auswählen. Ich rede Deutsch, aber Sie hören mich nur über die Verstärkung. Über KI zu reden, das können viele. Das ist so ein bisschen wie Fußballtrainer zurzeit. Das wird in den Mainstream-Medien überall darüber berichtet. Typischerweise sehen Sie dann solche Bilder, dass Roboter demnächst die Welt übernehmen. Wenn Sie mal darauf achten, diese Roboterbilder sind aus mehrerer Hinsicht, die völliger Schwachsinn. Es sind künstliche Intelligenzen, Roboter, die ein Headset brauchen, die mit ihren Händen auf Tastaturen tasten, die quasi überflüssig sind für diese Art von Maschinen. Und was auch noch auffällig ist, Randbemerkung, das sind weiße Männer. Nur so im Kopf mal behalten. Was ich auch nicht machen werde, wenn man über KI redet, über die gesellschaftlichen Implikationen zu reden, was das bedeutet, was das Predictive Policing angeht, was das mit uns emotional macht, wenn wir uns in Künstliche Intelligenzen verlieben. Da gibt es Filme dazu, da gibt es ganz viele Sachen dazu. Es gibt auch deshalb den Anspruch, das zu regulieren und zu steuern. AI Act, EU entscheidet heute. Das ist eine große Anhörung im Europaparlament. Auch kein Thema heute hier. Ich werde mit Ihnen auch nicht, tut mir leid, über Bildgeneratoren reden, die jetzt unsere LinkedIn-Kanäle fluten. Midjourney, StableE, Diffusion, was es auch immer gibt. Das kennen Sie mittlerweile alle. Wer in der Kreativszene drin ist und ich habe als Marketingdirektor mit solchen Leuten zu tun, wer jetzt Adobe Firefly nicht kennt und nutzt, der wird demnächst arbeitslos werden. Das Problem, das wir da sehen, Sie haben alle das Bild mit dem Papst gesehen. Man kann immer weniger entscheiden, was ist jetzt echt, was ist jetzt gefakt. Das heißt, eines der Megathemen im Bereich Künstliche Intelligenz, das wird wie ein roter Faden durch meine Präsentation gehen, ist Vertrauen, ist Trust. Können wir dem, was da passiert, trauen? Würde ich dieser Maschine, dieser KI-Entscheidung delegieren? Keine Ahnung. Ich stelle Ihnen also auch keine KI-Fototools vor, obwohl es da Anwendungen gibt in der Praxis heute. Das ist auch nicht mein Thema. Ich habe mal nach KI in der Praxis gegoogelt, da kommt so ein Bild. Weiß man auch nicht, ist das fake oder nicht. Das ist quasi eine Kombination aus Visualisierung einer Vision. Ich werde auch nicht, ich muss Sie immer noch mehr enttäuschen, nicht über Large Language Models reden. Die ChatGPT und BART-Geschichte, die Sie da oben sehen als Zweikampf, 10 Milliarden Dollar von Microsoft investiert. Kann man sich mittlerweile auch LLMs runterladen, Open Source, kann man sich daheim ausprobieren. Das wird in vielen Startups gemacht, die programmieren damit schneller, ohne dass sie ihren Code sharen müssen öffentlich. Ich rede auch nicht über den Jonas Androlis, Local Hero, hier in Heidelberg bei Heimat Alib Alpha, KI in Deutschland. Mega Thema, ist auf der Suche nach Investoren. Spannende Geschichte. Der Christian Klein von SAP hat ja auch Kooperation announced. Auch nicht mein Thema. Man kann auch mit das alles kombinieren, Bilder, Text generieren in Erklärvideos. Also hier kann auch jetzt ein Avatar stehen, das kann eine KI erzeugen und kann diesen Vortrag halten. Alles möglich, das Abstract zu diesem Vortrag, das hat ChatGPT gemacht. Und dann habe ich versucht, die Inhalte dazu zu finden. Aber gut, worüber ich mit Ihnen reden will, ist auch nicht über das, was aus meiner Sicht die Nummer 1 Applikation ist, die momentan KI-mäßig in der Praxis vorhanden ist. Es ist nämlich Spracherkennung. Milliarden Devices können das und verstehen das und können das immer besser. Und das wird immer mehr werden. Die können jetzt schwäbischen Dialekt genauso gut verstehen wie ein Texaner, der irgendwie was bestellt oder sucht oder macht und hat ganz viele Emotionen, die man erkennt und so weiter. Also super viel Spracherkennung, mega Thema. Und ich kann auch nicht auf dem aktuellsten Stand sein. Das habe ich am Sonntag mir herauskopiert aus der Handelsblatt Online, wie das mit BMW und Automotive machen, KI-Themen überall. Das ist sehr viel. Also super viel Stoff, der hier kommt. Ich mache mit Ihnen was ganz Einfaches. Ich will Ihnen ein bisschen erklären, wie man damit Geld verdient. Wie man mit KI in der Praxis 7% Energiekosten senkt in Zeiten der Energiekrise, wie man 30% Ausfallzeiten reduziert bei einem großen Manufacturing-Unternehmen oder mehr Umsatz macht bei einem großen Multinational-Unternehmen. KI in der Praxis, das funktioniert auch mit Geld verdienen. Warum kann ich das? Ein paar Worte zu SAS, wer uns nicht kennt. Wir haben mit seit fünf Jahrzehnten, muss ich sagen, sind wir so alt wie Microsoft und SAP, machen wir Statistik-Software, Analyse-Software, Machine Learning, Deep Learning. Seit 1994 haben wir solche Verfahren in einem Baukasten mit drin, entwickeln es immer weiter, haben immer mal wieder announced, wie viel wir noch investieren werden. Zum Beispiel vor einem Monat auf unserer eigenen großen Hausmesse noch mal eine Milliarde in AI-based Branchenlösungen. Die Technologie haben wir schon, da stelle ich ein bisschen was vor. Aber ich mache hier keinen Pitch für meine Software, sondern ein bisschen für die Methoden, die dahinter stecken. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass wir mit der SAP eine Partnerschaft haben, also in der PAL, Predictive Analytics Library von HANA, kann man SAS-Code laufen lassen. Das Thema Datenmanagement, das die SNP hier vorantreibt, braucht man. Das werden Sie auch sehen. Das machen wir auch mit vielen SAP-Kunden. Die Kombination ist also da. Wir sind in dem Ecosystem drin. Das wollte ich Ihnen zeigen, was das bedeutet. Man investiert Geld und ist dann auf einmal Leader in einer der Forrester-Way für AI-Decisioning-Plattform. Das ist nicht der Leaders-Quadranten für die besten Large-Language-Modelle oder die schönsten Bilder, die man mit Journey positioniert, sondern Decisioning. Ich will Entscheidungen treffen. Die Daten verändern es nicht, unser Unternehmen. Die KI-Modelle verändern es nicht. Nur wenn ich eine bessere Entscheidung treffe, in großen, mittleren oder ganz kleinen Taktungen. Wenn ich sage, ich entscheide mich als Apple, eine Vision Pro zu produzieren und vorzustellen. Das ist eine strategische Mega-Entscheidung. Dann habe ich eine Entscheidung zum Thema, in welchen Märkten starte ich mit welchem Preis. Und dann habe ich die Entscheidung, welchen meiner Kunden schreibe ich wann, mit welchem Angebot an. Das eine, eine Entscheidung, zehn Entscheidungen, tausend Entscheidungen täglich. Und die Frage ist, wie kann ich mit AI Entscheidungsqualität erhöhen und damit am Markt besser agieren? Das ist mein Anspruch hier. Das lese ich jetzt nicht vor. Deshalb gehe ich mit Ihnen im Blick unter die Haube, was Sie heute mit mir machen werden. Sie werden verstehen, was ein Modell ist und warum man Model-Management braucht. Und Large-Language-Modelle haben wir schon gehört und wir werden ein bisschen rechnen. Da brauche ich ein bisschen Ihre Mithilfe, dass Sie da auch daheim erzählen können, dass Sie heute was gelernt haben. Ich hoffe. Es sind viele Spezialisten hier, die können das wahrscheinlich noch besser, aber ich versuche es mal ein bisschen. Das, worauf ich hinaus will, ist, AI-Modelle, KI ist Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist etwas, was ungewohnt ist, unintuitiv, aber es ist so, wenn jetzt der ChatGPT, fangen wir damit an, Stephen Wolfram, Guru in der Szene hat einen Artikel geschrieben, warum, wie funktioniert ChatGPT. Naja, es gibt eine Prädiktion, eine Voraussage an, was wohl das beste, nächste Wort ist und baut so einen Satz. Aus dem Kontext, aus dem Prompt und aus dem Weltwissen. Und dann hat hier ein Beispiel gegeben, the best thing about AI is the ability to learn, predict, make, understand, do. Wir haben alle gewisse Wahrscheinlichkeiten. In der Welt hat das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aus und haut das raus. Das kann eben auch mal falsch sein. Das ist das, wo wir dann mittlerweile von Halluzinationen, von diesen Modellen reden, dass da halt mal was Falsches rauskommt oder was etwas abseitig ist. Oder wenn man einen neuen Kontext dazu gibt, ändert sich die Antwort, naja, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt. Und das ist so ein bisschen die Sache, die man verstehen muss, wenn man sich mit KI beschäftigt. Das machen wir jetzt mal zusammen. Ganz einfach, wir steigen einfach an. Wenn man so eine Zahlenreihe hat, wie würde man die wohl fortsetzen? Einfach 5, 6. Was ist das? Wir haben hier Daten. Wir haben eine Vorhersage, die darauf getroffen wurde und ein Modell. Ganz simples Modell, n plus 1. Wie stelle ich fest, dass dieses Modell stimmt? Ich nehme n plus 1 und appliziere das auf jeden Wert vorne dran und habe 1 plus 1, 2 plus 1 und so weiter. Ganz simpel. Wieder verstanden. Dann diese Zahlenreihe. Da warte ich mal auf jemanden, der es weiß. Wie setzt man das fort? Nein? 25. 25. Was ist das? Das sind die Summe der beiden Vorgänge. 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3, 3 plus 5 ist 8. Was ist das? Kennt das jemand? Fibonacci. Die Fibonacci-Reihe. Fibonacci war ein Mathematiker im 12. Jahrhundert. Der hat in der Natur etwas beobachtet. Nämlich, wenn man Generationen von Hasen beobachtet, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Generation, sind bestimmte Hasenpaare-Zahlen tauchen auf. Nämlich 3, 5, 8, 13. Wenn man bei Sonnenblumen in dem Sonnenkern zählt, wie sich die Sonnenkerne anordnen, ist das eine Fibonacci-Folge, die entsteht. Was will ich damit sagen? Da hat ein Mathematiker probiert, ein Modell zu finden, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Und je genauer er dieses Modell baut, desto mehr kann er diese Wirklichkeit beschreiben, um damit rechnen zu können. Modell, Wirklichkeit beschreiben. Das, höhere Mathematik, 32, 64. Geht aber auch anders. Kreissegmente. 31, 57, wie sieht das aus? Sie bilden Kreise, haben einen Punkt, verbinden alle Punkte miteinander und haben dann Segmente in dem Kreis. Zwei Punkte, haben Sie zwei Segmente, drei Punkte, vier Segmente, vier Punkte, acht Segmente, fünf, 16, sechs, 31 und 750 und so weiter. Das heißt, wenn Sie eine Zahlenreihe haben, eins, zwei, vier, acht, 16 und Sie sind nicht Geometer und können nicht mit Kreissegmenten umgehen, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, das ist sowas wie n plus eins, da kommt dann immer als nächstes 32. Wenn Sie ein bisschen schlauer sind, mehr Mathematik machen, schlauere Algorithmen haben, geben Sie nicht mehr an, dass das ein deterministisches Modell ist, sondern das ist probabilistisch. Konfidenzintervall. Das kann mit 31, 57 weitergehen, kann aber auch mit 32, 64 weitergehen. Das sind die Prinzipien, die ich mitgeben wollte. Hier ist es, geht um Wahrscheinlichkeiten. Hier rechnen wir mit Wahrscheinlichkeiten. In der Realität ist natürlich viel komplizierter, das wissen Sie alle. Sie übertreiben ERP-Systeme, Finanzsysteme, was auch immer. Da haben Sie solche Arten von historischen Daten. Da jetzt rauszufinden, wie man eine Vorhersage macht. Da gibt es einen Trend, denken wir mal an, es gibt Absatzzahlen von Naturjoghurt. Da gibt es einen Trend zu Naturjoghurt allgemein. Dann haben Sie aber Saisons vielleicht, indem Sie bestimmte Früchte reingeben und so was. Dann haben Sie Ereignisse, kalendergetriebene Dinge. Da können Sie bei dem Blumenhändler den 14. Februar vielleicht modellieren, dass der einen höheren Absatz hat. Typischerweise sind das Marketing-Events, dass man sagt, da werden Absatzzahlen getrieben durch bestimmte Promotion-Aktivitäten. Und Sie haben sowas wie Noise. Das ist relativ kompliziert. Das alles in eine Vorhersage zu bauen, die dann Ihre Lieferkette und Ihre Absatzkette bestimmt. Das gibt dann eben Anwendungen und das ist das erste Beispiel. Ein großer multinationaler Konzern, der macht genau diese Absatzprognosen mit 10.000 Artikeln, jeden Tag über die ganze Welt mit allen Preispunkten. Er hat ein SAP-System dazu im Einsatz und hat im Hintergrund SAS-Algorithmen, die im SAP Demand Planning die bessere Prognose geben. 4% mehr Umsatz. Energy Forecasting, das ist vielleicht auch ein einfaches Thema. Das ist hier mal Solarstromerzeugung und Solarverbrauch. Das ist ja das günstige, gerade wenn Klimaanlagen gebraucht werden, ist es draußen typischerweise Sonic. Das heißt, das matcht hoffentlich, wenn die Erzeugung kommt und der Verbrauch steigt. Also wer jetzt Ökostrom fördern will, muss nachmittags die Waschmaschine anmachen, nicht mehr nachts. Das kann man auf globalen Maßstaben natürlich anders machen, dass man sich da verschiedene Demand-Zulieferenergien anguckt und den Verbrauch managt. Das ist ein typisches Optimierungsproblem aus verschiedensten Forecasting-Szenarien. Ich gebe mal ein Beispiel, wie das dann aussehen könnte. Welche Arten von Mellern sehen Sie wie der Kalendermodelle, aber auch neuronale Netzwerke, gerechnete Modelle. Und da ist auch wieder, je mehr Daten ich aus der Vergangenheit habe und je schlauer meine Algorithmen sind, desto besser werden meine Vorhersagen. Zweites Beispiel, Microsoft Modern Night Manufacturing Award. Auf der Hannover Messe letztes Jahr hat Wiener Berger, weltgrößter Baustoffkonzern in Österreich, hat mit so einem Modell 7% Gas eingespart. 7%. Und wenn man einen Baustoffhersteller, der Ziegel herstellt, anguckt, was ist dessen Input? Ton und Energie. Das ist für den Game Changer, wenn er das optimiert mit diesen Algorithmen. Gibt es ein kleines Video, das verlinkt ist, aber Sie können ja alle auch googeln, finden Sie das auch. Jetzt nochmal zur Wiederholung sozusagen, da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Wenn Sie zu wenig Daten nehmen, in dem Fall 12 Monate, dann fragt man sich, warum und Gottes Namen gibt es bei Google Trends ein Peak in dem Suchvolumen zum Thema WAM? Wann ist das ungefähr? Weihnachten. Und wenn man die Daten, wenn man jetzt auf mehr Jahre geht, sieht man, das ist ein Muster. Das sind, wenn man die letzten Jahre nimmt, dann kommt halt immer wieder dieses Ding. Dann hat man ein Muster erkannt und dann fragt sich ja nur, warum ist dieser Spike da am 25.12.2016? Ist George Michael gestorben? Last Christmas. Egal. Dann noch eine andere Datensache, die Sie sich mal angucken können. Vorhersagen in KI gehen nicht immer gut, wenn die Daten nicht gut sind. Das ist ein Beispiel von Zoom. Sie sehen im oberen Bild hat es auf Twitter jemand gepostet. Das sind diese typischen Hintergründe, die den Hintergrund ersetzen durch den virtuellen und den Vordergrund zeigen. Diese Modelle, wie man Hintergrund und Vordergrund erkennt, wurden offensichtlich auf weißen Menschen trainiert. Und dann hat die Relevanzfaktoren der Schwarzen nicht akzeptiert. Und dann sieht man offensichtlich, dass der Schwarze in dem gleichen Programm als Hintergrund ausgeblendet wird, weil er eben nicht als relevanten Vordergrund markiert war. Falsche Daten, falscher Output. Ist korrigiert. Das ist auch noch so ein Beispiel. Der Algorithmus erkennt oben einen Tiger. Aber eigentlich ist ja nur der Schattenwurf von einem Ding. Da fehlt der Kontext. Auch eine Schwierigkeit, mit sowas umzugehen. Also Augen auf bei der Datenmodellierung. Wo es nicht mehr ganz witzig ist, ist, wenn man sich mit Krebsvorsorge beschäftigt und sagt, ich habe einen Tumor. Ich mache einen Schnitt, einen Magnet-Dieseranz-Schnitt durch das Hirn und versuche festzustellen, wo ist dort eine Läsion, eine Verletzung. Kann ich da mit welcher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob da etwas ist oder nicht? Und bei diesem Thema merkt jeder sofort, da will man jetzt nicht mit Wahrscheinlichkeiten eine Entscheidung delegieren, mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Da ist die Frage Vertrauen. Trustworthy. Was mache ich denn? Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, das wir gemacht haben. Es gibt natürlich ganz viele Labelt-Aufnahmen, die aus diesen Magnet-Dieseranz-Tomografen kommen, wo Radiologen und Onkologen das gelabelt haben. Was ist jetzt eine Läsion, was ist keine? Und das wird appliziert. Und manche Sachen sind sehr, sehr, sehr deutlich. Die werden hier in grün markiert. Und bei manchen weiß man es nicht. Oder ist der Algorithmus eben unter, keine Ahnung, das kann man eben auch einstellen. Unter einem Konfidenzintervall von 95% und sagt, okay, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und ich gebe eine Erklärung aus, die ein Nicht-Mathematiker versteht. Dieser Text da unten, der wird generiert von dem System. Und auch die Erklärung mit der Farbcodierung wird hier erklärt. Das ist für eine medizinische Anwendung essenziell, weil nämlich der Arzt sagt, um Gottes Willen, das Ding kann doch nicht so schlau sein wie ich, aber es kriegt jetzt einen Hinweis. Und das ist das Schöne an dem Ding. Guck da mal hin. Entscheidet du selbst. AI, nicht Automated, but Augmented Intelligence. Also, KI in der Praxis habe ich jetzt schon angedeutet. Ein paar Beispiele. Das fängt natürlich an. Das ist das typische Chart. Das kennen Sie alle in Ihrer IT-Werkstatt daheim auch. Es geht um Datenmanagement. Die Daten liegen Ihnen furchtbaren Qualitäten vor, haben Lücken, haben Missstände, Schiefstände. Es ändert sich was zwischendrin. Die Zuliefersysteme sind anders. Das muss gemonitort werden. Sie brauchen immer einen Unbiased Input für Modelle. Den müssen Sie erst mal begreifen, was Unbiased ist und dann sicherstellen. Dann bauen Sie Modelle. Sie haben wahrscheinlich auch Innovationsabteilungen, Data Scientists eingestellt. Die machen das mit Python, manche mit R, manche mit Java, manche machen das mit Tentraflow, mit welchen Pandas, Packages, die es da so auch gibt. Und bauen Modelle. Und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt so ein Modell, das die da gebaut haben, das saugeil ist, das alles gut erklärt. Wie kriege ich das jetzt in meine IT eingebaut, damit das dann läuft? Da gibt es ein Beispiel. Ich sage den Namen des Konzerns nicht. Ein Team baut ein Modell, das eine Auslastung, ich darf nicht verraten von was, sonst wissen Sie es, optimiert. Und das Modell erklärt alles. Die Produktion ist auf einer anderen technischen Infrastruktur und der Transfer von diesem Modell, bis zu dieser Infrastruktur dauert drei Monate. Recoding, Rewriting, anpassen an die Datenbank hier. Zwei verschiedene Abteilungen. Bis das da implementiert ist, ist das Modell nicht mehr richtig. Schwierig. Und dann ist die Frage, naja, wie lange bleibt denn so ein Data Scientist in einem Unternehmen? Zwei Jahre, drei Jahre, wenn Sie Glück haben. Sie brauchen eine Governance-Struktur, um sowas vorzuhalten. Wenn Sie relevante Prozesse mit KI unterstützen wollen, brauchen Sie Transparenz, Sie brauchen Austauschbarkeit, Zusammenarbeit. Und das ist so, wissen Sie, das ist jetzt die SAS-Folie, aber da könnte auch andere Namen drüber stehen. Es kommen Fragen rein, Sie müssen Daten managen, müssen die Modelle verarbeiten, monitoren, tracken und die Insights deployen, um bessere Entscheidungen zu kriegen. Das will ich Ihnen an vier Beispielen kurz noch zeigen. Nämlich, ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Slide hier sieht, ein bisschen schlecht. Also, wir haben ein Werkzeug, mit dem man quasi Modelle, die irgendwo gebaut sind in Java, R, SAS oder was auch immer. SAS ist auch eine Programmiersprache. Per Rechtsklick exportiert wird in eine Infrastruktur. Agnostisch. Snowflake, AWS, Azure, was auch immer. On-Edge, In-Stream. Sozusagen auch auf Cisco-Router, die in Maschinenhallen stehen, um dort ein Modell zu deployen. Das lässt sich damit regeln. Das ist ein großer Vorteil. Dann, warum brauchen wir das? Jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Wenn man ein Produktionsunternehmen hat, in dem Fall haben wir jetzt die Signiers, sind diese MRTs, das ist auch ein Kunde von uns. Verschiedene Produkte, verschiedene Production-Sites, Sensortypen. Sie brauchen natürlich pro Maschine, pro Aktivität, die Sie machen, müssen Sie verschiedene Vorsorgemodelle miteinander bauen. Und dann kommen Sie relativ schnell auf eine große Anzahl. Und das lässt sich da nicht mehr managen mit Copy and Paste. Mal gucken, wie es so gelaufen ist. Das müssen Sie automatisieren. Da haben Sie auf einmal ein Problem mit Modellen. Da ist mein Lieblingsbeispiel Georgia-Pacific. Das ist Toilettenpapier. Wir alle wissen das aus eigener Erfahrung. Was ist denn passiert in der Pandemie? Da wurden auf einmal ganz viele Restaurants und Hotels und Reiseeinrichtungen geschlossen. Es gab Reiseverbote und dann hat man auf einmal für einen Papierhersteller einen totalen Impact aufs Geschäft. Es wird auf einmal nicht mehr diese Nachfülldinger für die Flughafen-Papiertaschen gekauft. Auch nicht die Rollen, die man an die Restaurants geliefert hat, sondern es wird auf einmal eine Riesennachfrage an Toilettenpapier für den Consumer gebraucht. Also auf der Absatzseite ändert sich dramatisch viel. Wie schnell kriege ich das mit? Wie schnell kann ich meine Vorhersage, was da wo abverkauft wird, den anpassen? Dann hatten die damals schon angefangen, vor der Pandemie Modelle für die Absatzseite auszurollen und zu wissen, auf welchem Kanal, welches Produkt, wann, wie gekauft wird. Und haben die das als, wir bezeichnen das als Augen und Ohren ihrer Organisation, haben die das schneller gewusst. Und dann auf der anderen Seite haben sie natürlich ein diverses Netzwerk, das sind 50.000 Mitarbeiter, das ist einer der weltgrößten Papierhersteller, ganz viele Supply-Anlagen, Manufacturing-Entities, die Zeug produzieren. Und die können halt eben das eine oder das andere produzieren. Und dann haben diese Anlagen auch wiederum Zulieferer hintendran, die dann zuliefern. Und dann ist die Frage, dieses Unternehmen, das in der Lage ist, sowohl die Absatzseite als auch die Supply- und Manufacturing-Seite so genau zu monitoren, dass es einfach schneller, besser agiert am Markt, wird gewinnen. Die haben in dieser Zeit ihren Absatz erhöht, waren resilienter als alle anderen im Bereich, haben ihre Lieferketten stabil gehalten und haben ihre Händler versorgen können mit dem richtigen Gut, das sie produziert haben. Alle Modelle in einem Tool, das ist etwas, was neu ist. Also vielleicht hat jemand früher mal SAS im Blick gehabt, wenn er studiert hat, irgendeine empirische Sozialwissenschaften, hat mir irgendwann so einen Schein gemacht und er wurde mit SAS oder SPSS gemacht. Damals hieß es SAS oder Open Source und wenn du SAS kannst, machst du nichts anderes und so weiter. Das hat sich komplett geändert. Man kann in SAS Entwicklungswerkzeugen R-Codieren und Pfeifen kodieren. Man kann Modelle in SAS verwalten. Das ist hier so ein Screenshot, sind sie in der Mitte dieses Kuchendiagrammen, diesem Donut. Das sind Python-Modelle, R-Modelle, PMML ist so eine Projective Machine Learning Sprache, die quasi so eine Art Meta-Modell liefert. Also das lassen sich verschiedenste Modelle in einem Ding verwalten. Und das ist natürlich Kollaboration. Sie kriegen am Markt, müssen Sie ja nehmen, wen Sie kriegen und Sie haben wahrscheinlich Leute, die Python können, die A können, die SAS können, wie auch immer. Oder lieber in Java programmieren. Nehmen Sie alle, die Sie kriegen können und lassen Sie die mit dem Werkzeug arbeiten, das Sie am effizientesten können. Stellen Sie aber sicher, dass die dann am gleichen Problem arbeiten, dass sie es auch einsetzen können. Das ist die Sache hier. Cleveland Clinic hat das gemacht, auch Pandemiebeispiel. Ich erspringe das mal, damit ich meine Zeit einhalte hier. Da geht es aber auch um die Governance, Nachvollziehbarkeit. So eine Klinik hatte ich erwähnt. Ich habe, glaube ich, mit dem Amsterdam UMC, habe ich das nochmal das Beispiel, dass die gesagt haben, der entscheidende Punkt bei denen im Einsatz ist die Nachvollziehbarkeit. Woher kommt welches Ergebnis? Weil die nämlich das kennen im klinischen Bereich. Wer sich da ein bisschen auskennt, alle regulierten Industrien kennen das. Da kommt irgendwann die Aufsichtsbehörde und sagt, wie kommst du eigentlich dazu, deine Businessentscheidung so oder so zu treffen? Dann erkläre ich, erklär mir das mal und dann kann man das eben erklären. Es gibt auch in Deutschland mittlerweile das Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung. Die haben so einen Katalog veröffentlicht, wo sie Empfehlungen abgeben, dass für bestimmte Einsatzzwecke nur bestimmte Arten von Algorithmen zulässig sind. Beispiel Bundesamt für Migration, Texterfassung von Asylberichten, wo jemand sich bewirbt um eine Asylaufnahme hier. Die kann man natürlich automatisiert erfassen, screenen und kann gucken, ist das jetzt eine Geschichte, die schon hundertmal erzählt wurde, weil die in der Szene rumgereicht wird als erfolgreicher Testcase. Oder ist das etwas, was man automatisiert filtern kann, ob das ein Wahrheitsgehalt hat, den man näher prüft. Solche Verfahren sind natürlich höchst sensibel, politisch sensibel und menschlich sensibel. So etwas darf man nicht nach deutscher Rechtsprechung oder nach deutschen Vorgaben nicht mit neuronalen Netzwerken machen, weil ich dort die Entscheidung nicht mehr zurückvollziehen kann. Da braucht man andere Arten von Algorithmen, die man besser erklären kann. Trust, Trust ist das Thema hier. Und jetzt noch eine Geschichte, schnelle Nutzung. Also der entscheidende Punkt bei diesem Georgia-Pacific-Beispiel war ja auch, wie schnell kriege ich das umgesetzt, was da läuft. Was passiert, wenn ein Kunde am Abend vorher im Online-Banking einen Abbruch hatte oder ein Produkt bestellen will und es funktioniert nicht? Der kommt am nächsten Tag in die Bank. Weiß das die Bank dann schon? Wie viele Banken wissen das schon, was der Kunde vorher gemacht hat? Weiß das der in der Filiale, wo der reingeht, auf seinem Screen, wenn er sagt, wie er heißt, was da passiert ist? Commerzbank macht das mit uns. Die haben alle Kanäle angeschlossen und sprechen alle Kunden genauso an. Alles, was sie an Kunden in der Aktion von der Commerzbank kriegen, ist eine App, ist eine Filialbank und so weiter, hat im Hintergrund ein Decisioning von SaaS, wo entschieden wird, was passiert mit diesem Kunden? Was ist das bestmögliche Angebot für den? Was bieten wir dem nicht an? Bieten wir dem überhaupt was an? Solche Sachen. Auch ein anderer Kunde ist eins in eins. Telco, auch da typischer Fall, Millionen von Kunden. Und was ist das Next Best Offer? Oder was biete ich dem wann an, wenn der sich auf der Website orchestriert und was anguckt? Und welches Angebot spiele ich ihm da aus? Auch das ist eine Entscheidung, die sofort getroffen werden muss. Ich identifiziere einen Kunden und der interessiert sich zweimal geklickt für irgendeinen iPhone und einen Vertrag. Aber ich stelle fest, kein profitabler Kunde hat die letzten zwei Rechnungen nicht bezahlt. Ich treffe die Entscheidung, ich biete das dem gar nicht an oder nur per Nachnahme. Keine Ahnung. Solche Sachen sind eben möglich. Viele, viele Entscheidungen auf Modellen basiert operativ umgesetzt. Zusammenfassend. Modelle in Produktion helfen Ihnen was, wenn sie nur in der Theorie entwickelt sind, ist nicht so doll. Wir experimentieren gerade mit manchen Kunden, wo wir sagen, wir können diese Large Language Modelle auch verwenden und können sagen, die können einen bestimmten Teil übernehmen. Massenhafte Individualisierung von Briefen. Man hat bestimmte Trigger. Man will einem Kunden etwas verkaufen und hat relativ viele Informationen, die aus dem CRM System oder sonst wo herkommen. Und ich baue mir ein Modell, gebe Triggerpunkte, quasi ein Prompt an ChatGPT, übergebe das. Der schreibt mir den Text, für den der angeschrieben werden soll. Und der ist einen Tacken besser als die zehn unterschiedlichen Varianten, die man sonst schreiben würde. Sondern das ist halt ein bisschen ausformuliert. Und da kann man das machen. Das ist eine Sache. API-Welt, in der wir uns bewegen, das lässt sich relativ zügig implementieren. Alle Modelle, Nachvollziehbarkeit, bessere Entscheidungen. Das angewandt auf ganz viele verschiedene Dinge. Vielleicht nochmal, weil ich jetzt viel über Zahlen gesprochen habe und das Thema Sprache und Bilder ein bisschen ausgeklammert habe. Es gibt natürlich auch so Use Cases. Man macht ein Foto von seinem Schaden. Es ist hier kurz angeräutet von dem Schaden von seinem Kfz. Schickt es an die Versicherung. Die Versicherung hat einen Bot, der das abfragt. Und der stellt dann einfach ein paar Rückfragen, indem er sagt, Sicherheitscheck sozusagen. Der identifiziert sich jemand. Dann wird zurückgefragt, bist du der Halter des Fahrzeugs mit Kfz XY? Der sagt ja. Damit ist das rechtssicher dokumentiert. Wenn das ein Druck ist, hat man das später geregelt. Aber der Algorithmus erkennt anhand dieses Bildes schwierig, weil es gibt iPhones, es gibt Android. Es gibt super viele verschiedene Winkel, wo man es hält und so. Zumindest drei Kategorien. Wirtschaftlicher Totalschaden, Bagatellschaden und irgendwas dazwischen. Und diese Weichenstellung automatisiert zu haben, ist schon ein Benefit für die Versicherte. Also die Anwendungsfälle sind im Detail viele, sicher auch in Ihrer Branche. Und jetzt noch so eine kleine Sache, da kommt demnächst eine Studie raus. Wenn Sie über die anderen Tools nachdenken, die Sie vielleicht schon haben, dann sollten Sie vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn Sie an Ihre Cloud-Rechnung denken, die Sie bezahlen müssen bei AWS oder Google oder sonst wo. So ein Modell rechnet eine Weile, bis man das trainiert hat. So ein Modell muss immer wieder retrainiert werden. Das kostet Cloud-Consumption. Und wenn Sie eine Software haben, die zwar schnell programmiert ist von dem Programmierer, den Sie halt zufälligerweise gerade haben, mag das eine günstige Lösung sein. Aber wenn Sie das in Produktion setzen, müssen Sie es mal durchrechnen, wie oft Sie da die Tasche aufmachen müssen, um diese Algorithmen durchrechnen zu lassen. Und da haben wir unabhängig testen lassen, da sind wir ein bisschen stolz drauf natürlich, dass die 50 Jahre, die wir in dem Umfeld sind, sich da auszahlen. Und es gibt so einen Angeberslide jetzt hier. Natürlich kann man mit dem gleichen Budget dann viel mehr erreichen. oder man kann mehr Arbeit machen zu geringeren Kosten. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben wollte. Wenn Sie jetzt Lust haben, dann kommen Sie entweder zu SNP, wir haben da auch Kontakte, oder zu SAP, die arbeiten auch mit uns zusammen, oder direkt zu mir, zu uns. Wir erklären das nochmal im Schnelldurchgang, machen Proof of Concept, gucken, was bei Ihnen da drin steckt. Und im Abschluss vielleicht nochmal. Ich bin Optimist, was das Thema AI angeht. Ich glaube nicht, dass die Roboter die Welt übernehmen. Ich bin froh, dass auch ein paar Leute das auch so sehen. Ich habe gestern von DB Schenker eine Präsentation gehört. Der hat gesagt, das Durchschnittsalter der deutschen Kraftfahrer, Berufskraftfahrer, ist 58 Jahre. Das Durchschnittsalter. Wir haben doppelt so viele Renteneintritte wie Führerscheinausgaben pro Jahr. Wenn da nicht bald autonomes Fahren funktioniert, werden wir keine Supply Chains aufrechterhalten können. Wenn wir nicht bald automatisierte Prozesse dahin bringen können, wenn im öffentlichen Sektor die demografische Keule zuschlägt, werden wir keine Leute mehr haben, die Steuererklärungen machen können, die man nicht automatisiert. Und so weiter und so weiter. Also da steckt viel Produktivitätspotenzial drin. Und auch insgesamt, gesellschaftlich gesehen, glaube ich, dass wir da einen ganz guten Weg haben, dass es eine Technologie ist, die wir gut nutzen können. Aber ich bin Berufsoptimist. Das ist auch mein Job, das hier so darzustellen ein bisschen. Ich sehe es manchmal auch kritisch, aber es steckt mehr Positives als Negatives drin. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich bei mir, LinkedIn oder E-Mail. Schreiben Sie mir Feedback zum Vortrag. Gerne auch, was auch immer Sie von mir noch wissen wollen. Vielen Dank.